Hasi, wir zwei beiden auf der Baustelle. Ich mache langsam, ich mache langsam. So, damit man mal sehen kann, wie das hier so aussah vorher. So, Fachwerk, da kommt die Dämmung. Und danach die Abdeckung mit dem Papier. Und hier haben wir dann auch schon die Auflattung und sogar die Querlattung, an die unsere Bretter kommen. So, das soll erstmal genügen. Hasi sagt gerade, hier kann man schön sehen, wie die Schrauben bzw. die Bretter versetzt gesetzt sind. Und hier, kurz runter, ist nicht ganz so hoch. Vorne war höher. Okay. 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 Okay.